Hallöchen Freunde, mein Name ist Blacky Widow und willkommen zu einem neuen Video. Äh, spontaner Einfall und zwar werde ich heute mal so ein bisschen den lieben Dragon Dab verarschen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich nehme dazu eure Kommentare hier in meinem Dashboard, kann ich ja alles sehen und äh, ich werde ihm dann dementsprechende WhatsApp Sprachnachrichten mit euren Kommentaren schicken und er wird absolut überhaupt gar nicht wissen, was abgeht. Ich suche mir dann jetzt mal so ein paar spontan raus und fange dann mal direkt an. Wo hast du dir das Spiel gedownloadet? Nach gefühlten 10.000 Jahren hat er mir eine Nachricht gesendet. Okay, Sekunde. Ich spiele! Okay. I love Black Mesa. Ich spiele! Sekunde, das muss jetzt schnell gehen. Wie heißt eigentlich das Lied am Ende? Ich finde das so geil. Scheiße, offensichtlich erkennt er das nicht zu früh, ey. Fabio, ich habe keine Ahnung, wofür du laberst. Mega chillig. Scheiße, das geht ja ab. Spiel doch mal Cry of Fear, ist ein Horrorgame. Er hat geschrieben, kenne ich, habe ich, ist lame. Sekunde. Mann, ich brauche irgendwas Legitimes. Ich bin eine Krabbe. Ich brauche eine Frage, ich brauche eine Frage. Das ist wirklich so zusammenhangslos. Kostet das Spiel was? Er schreibt welches. SAO. Leck mich hart, ey. Oh ja, der ist gut. Oha, du hast voll viele Abonnenten verloren. Oh, er hat es gesehen, er hat es gesehen, er hat es gesehen. Doch gar nicht. Zu viel No Game No Life angeschaut? Oh mein, der muss denken, ich bin total... Wenn du jemanden in eine Gruppe einladen willst, ne? Musst du mit Rechtsklick auf den Namen drücken... Auf... Oh, scheiße. Wenn du jemanden in eine Gruppe einladen willst, ne? Musst du mit Rechtsklick auf den Namen drücken und auf Gruppe einladen oder so gehen. Skypest du etwa mit Nagazee? Ähm... Ähm... Dafür brauche ich eine passende Antwort. Ich brauche eine passende Antwort. Ich brauche eine passende Antwort. Ich brauche eine passende Antwort. Nein. Jetzt habe ich zwar einen eigenen Kommentar benutzt, aber... Was soll ich machen? Ich verliere sonst die Glaubwürdigkeit. Jetzt kommt der von Dodo. Wir da kommen jetzt nicht regelmäßig Videos zu Schuft, ne? Weil sonst werde ich dich mit meinem langen Schwert hinrichten, du Narr. It's good, it's good, it's good, it's good, it's good. Okay. Ohne Widerrede. Okay, ich glaube, das wird ihm jetzt ein bisschen zu skurril. Ich werde jetzt einfach mal aufdecken. Mal gucken, wie er da... Okay, jetzt... Jo... Ähm... Sag mal meinen Zuschauern, hallo. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert Blackie Spyder LP. Ja gut. Ähm, Freunde. Ihr habt's gehört. Ähm... Ja, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt gut war, aber ich fand's ziemlich lustig und weiß ich nicht, falls es irgendwann nochmal eine Gelegenheit gibt, wo da jetzt nicht wirklich jemand drauf achtet, ne? Weil... Ähm, mein engster Freundesreis, die, äh, werden das vermutlich sehen und es wird dann schwer zu verarschen. Ähm... Aber ich überleg's mir auf jeden Fall, das nochmal zu machen. Ansonsten, ähm, würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und... Tschüss!